Spartan Davis opferte sich selbst, um zahllose Leben auf Drapius V zu retten. Obwohl der Widerstand der Allianz gebrochen war, wollte die UNSC-Führung noch ihren Anführer Merck Wall eliminieren. Spartan Palmer kehrte zum Mond zurück, um die Mission zu Ende zu bringen. Seid gegrüßt hierzu, Halo Spartan Assault und wenn ich mich genau hier richtig erinnere, ist, ähm, ja, diese Kampagne, also sprich diese Operation, echt, ähm, schwierig, wenn ich das hier erinnere, oder auch so nervzerreißend. Halt die Backen da hinten, ähm, denn wir müssen jetzt den ursprünglichen Anführer finden, der Allianz, also, also, nicht der, in dem man aus Halo 4 aus den Spartan Ops Geschichte da kennengelernt hat, äh, Jule und Dharma, sondern, wie ist der hier? Okay, ich kann auch noch unsichtbar werden, das ist schön, ähm, gibt's jemand anderen, der war vorher der Anführer, boah, und, jo, so ist es, ne, den müssen wir ja noch halt killen, diesen oberen Maca, aber ob das so einfach ist, wage ich jetzt ziemlich zu bezweifeln, weil ich hatte beim ersten Mal daddeln, ja, auch so meine Schwierigkeiten. äh, nimm mal das wir machen das anders ich glaube nicht lass mich überfahren am besten das ging jetzt aber das war jetzt das war jetzt doof nochmal von vorn weil es ja so Spaß gemacht hat ne so komm, ich weiß, ich krieg dich mit Pistole klein dich krieg ich da mit klein so, rush mal ein bisschen nach vorn zack, wenn es immer so mit Pistole einfacher wäre oh, da ist er schon ja, von dem hab ich größtenteils sehr viel Angst gab es nicht noch einen Fuzzi? jup, da kommt er schon bam, dankeschön also, du das und das und du jenes so, dankeschön eigentlich wollte ich nicht die Waffe haben, aber haben wir jetzt erstmal nichts anderes übrig aber ich versuch's nochmal wenn's wieder schief geht dann lass ich's sein bin ich ganz ehrlich oh, geht doch Schnauze Backpfeife so ein bisschen aufräumen kann man ja hier mit dem so ja genau versuch's mal hat er jetzt mit dem Marine leider getötet so und dann ist nicht glaube ich hier, ne? komme ich hier eh nicht mehr weiter dann Feierabend so dafür kacke ich ab oh 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 aber jetzt knapp ja, dann ist es halt so nimm das weil du warst ja auch ein Böser so we nee, du hast ne blöde Knarre ähm ich glaub das war's ja und ich wie viel kack ich eigentlich ab äh sichern sie gleich nicht so oder ja kann ich mir vorstellen es kommt gleich wieder aber ulkig eigentlich wenn ich jetzt überlege dass hier bei der Allianz die Boots vorkommen weil wie wir ja wissen bin ich schon wieder tot ich krieg zu viel äh ich brauch nicht Unsichtbarkeit ich brauch echt Energieschild leider kann man sich solche Dinge ja nicht kaufen da bist du so bestraft bist du so bestraft also ihr könnt euch vorstellen das wird hier eine längere Schose diese Folge wird länger weil ich jetzt zweimal abgekackt bin was unnötig war stirbt sie jetzt schade dass man keine Waffenwahl hat zum Beispiel die Waffe die ich aus der Seine ja gekauft habe schade dass man das nicht wählen kann ähm sondern das Spiel gibt einen vor ey krass jetzt bin ich aber jetzt fett im Arsch oh Gott Leute das ist eigentlich eine ganz pisseinfache Mission krass und ich kacke hier zweimal ab und stehe oh so das geht so am schnellsten äh schade dass ich das Ding nicht einfach mitnehmen kann so ich hoffe ich konnte was reißen komm ich sehe hier eine Waffe die ich gerne mitschleppen möchte die kann mir vielleicht noch helfen und dann versuche ich mal ein Glück bam eine Splintergranate reichte vollkommen aus man muss keinen Hehl machen so jetzt aber jetzt aber jetzt will der Papa das wissen na jetzt habe ich dich okay nein ich habe keinen Bock wieder abzukacken mhm war auch zu nah da ist er und ich habe nichts Großes das war's und ich kacke dafür zweimal ab ich kriege so viel mehr war das nicht egal Punkte interessiert mich ich bin eh auf Bronze so Fusionsgewehr genau auf die Nummer habe ich keinen Bock aber ich kann mir ja nichts anderes wählen naja machen wir das Beste draus so dann gehen wir mal weiter äh bis der Phantom einsatzbereit ist wo ist der Phantom hinter mir sind gegners ist gut ok das läuft das läuft ja aber wo ich ja mal so in der Frustration eh schon teilweise bin was ist denn für euch so ein typisches frustrierendes Spiel ausgenommen jetzt FIFA ich weiß wer sagt Ego-Shooter machen einen zum Amokläufer der kennt FIFA noch nicht wie das ging mit der Frustration hä mein FIFA da kann man schön austicken aber äh gibt's da so andere Games so persönlich für euch wo ihr sagt wenn ich daran denke dann kriege ich ja jetzt schon eine Hasskappe ähm ja gerne mal in den Kommis würde mich sehr jucken ob da was Spezielles gibt wo ihr sagt oh ja oh ja oh ja äh oder ein Level wo man sagt ja dann tickt man aus also ich meine ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen alles was nochmal war kann ich jetzt wirklich nicht mehr aber äh es gibt die Games boah Frustration pur wow das war jetzt ein scheiß Panzer so jetzt wo ich eben kurz ein bisschen in Deckung ging so geht doch hat es bis vorne nicht gut geschafft ich hasse diese Viecher so sehr oh ey 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 nicht hier sprinten wow der ging aber schnell drauf muss echt hier mit meinen Granaten ballern wie ein bescheuerten boah ich kack schon wieder hier ab ey ich seh es jetzt schon kommen kann ich jetzt mal eben kurz bisschen Energie laden ne und mir bleibt hier echt nichts vergönnt ne mir bleibt das doch nicht vergönnt alter das ist die boah ist das ne Kampagne jetzt oh wo ist dieses fucking Energieschild wenn man dieses fucking Energieschild braucht also echt ist mir lieber als wofür brauche ich hier sprinten ist es hier ja wenigstens dann das krass bin jetzt schon leer geschossen das ist ja prima ne das ist aber so eine typische Frustration die ich dann dabei kriege ich weiß auch jetzt nicht ich seh grad ich hab ja so ungefähr dreieinhalb Minuten Zeit ich weiß jetzt nicht was ich vorhin hatte würde mich nicht wundern wenn das so kurz vorm Ende war komm wow also würde mich nicht wundern tatsächlich auch aber wenn ich jetzt denke zweiter Level elf Minuten ich glaube ich wäre schon längst beim dritten durch ei 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 wieso muss ich hier nicht so viele Granaten einsetzen wie vorhin bis jetzt nicht jetzt mach ich mir eine puh du brauchst hier nicht stehen bleiben ich meine du kannst auch stehen bleiben hab ich nichts dagegen glaub glaub hier haben wir so ein bisschen jetzt ne da so ein bisschen so ja ja komm du mal näher zack alter alter kann man den mal nicht einfach erledigen ja jetzt wird's hier wieder so ja komm schmeiß die Granate boah ja jetzt wird's hier wieder gefährlich aber nur auf mich nur auf mich ja ey ich pack das hier nicht nur beschäftigt meinen Arsch zu retten boah echt ja muss ich das hier nehmen jetzt boah dankeschön am wenigstens lädt dieses scheiß ja schnell auf ne ne ich warte jetzt ein bisschen okay so zack eigentlich würde ich so machen huu ja bleib mal da hinten schön bleib mal da hinten genau so na das geht doch uah da hat er mich auch fast erwischt zack jetzt hab ich euch und ich verpiss mich boah er kann sich keinem erzählen das waren eigentlich drei drei einfache Missionen und ich verkacke ich jetzt so tiefs warte mal auf die letzte ab da habe ich Frustration pur bekommen konnte ich glaube ich nur gewinnen als ich Nadelwerfer äh Nadelwerfer benutzt hab zwei waren das nur wo ich direkt von drei das kann man nur als Primär das kann ich als Sekunder werden auch dasselbe ja ich muss alle Feinde ausschalten vielleicht wird das was zack komm vielleicht brauche ich da nichts wildes mehr zu machen das kann mir vielleicht helfen zack ich habe schon eine Kettenreaktion aber der Spinner muss ja hier überleben wenigstens da zack MP da bin ich glücklich äh MP der Dicke oh der fiel nicht auffallen schade und boah ja da kommt doch jetzt Freude auf kann ich euch damit überraschen ja perfekt ja ich muss konzentriert bleiben weil ist ja echt was hier abverlangt wird gerade tiefst geil äh was war das für eine Aktion dahin genau können wir uns eigentlich nutzen um ein bisschen Energie tanken na genau ja das ist jetzt ein bisschen gerufen ähm äh 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 und wieder schnell guter ich den scheiß hier ab diese kleinen viecher ja klein viel macht ja auch missbekanntlich weise auch granaten aber vor allem will ich jetzt die elitenlos werden ey drei stück ist mir nicht was knallt krieg ich denn jetzt granaten her was sind wir denn auf oben rum und ich bin jetzt bei beiden leer geschossen wenn es einer hier nimmt das ich habe jetzt zu viel schnauze ganz ehrlich kriege voll die krabbel die munition hier gehst du kaputt danke danke ja komm jetzt ein bisschen granaten jetzt aufgesammelt so jetzt drehe ich mal eine kleine runde okay so dann haben wir jetzt schon mal die ecke da habe ich jetzt wieder luft hier haben wir das und nehmen wir das eigentlich wollte ich den haufen erwischen so zack genau verdammt das wäre natürlich jetzt schön gewesen okay er beledigt okay er beledigt beide erwischt okay aber anscheinend kommen immer mehr warum auch immer ja ein panzer kann man auch da könnte man jetzt wieder unsichtbarkeit gebrauchen aber jetzt ne muss ich das jetzt eben wieder klauen so muss ich unsichtbar werden so geht das nicht anders ah erwischt perfekt jetzt muss ich gleich nur gucken dass ich dem panzer irgendwie stürmen kann so perfekt bin ich ein bisschen in sicherheit wenn es auch jetzt scheinlich zu spät war weil ich habe jetzt alles oder na ja passt 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 puh ein bisschen lang ne da habe ich ja wohl Punkte abgeräumt mein letzter Highscore ich da auf Gold war Wunder so mache ich jetzt einfach weiter boah spüren sie Leute äh Tänz des Kultführers auf und töten sie mhm ja ja hoffentlich kriege ich die Mission jetzt gescheit hin zack genau fühle ich abgelenkt na kriege ich dich hin kriege ich was war denn hier Unsichtbarkeit auf jeden Fall haben wir ihn gehost das wird erstmal geklaut da kommt mir noch die Idee so Panzer wird doch eingenommen so haha haha weil wenn ich schon ein großes dickes Wummes kriegen kann dann soll ich das ja auch nehmen ne einen von den goldenen Spackos habe ich jetzt erledigt perfekt so vielleicht müsste ich ja nicht mal krillern vielleicht hat ich guck da das steht noch mit dem Panzer bei dem ich jetzt ne er ist sowieso schnell hin ne perfekt aber ich will den Hayopi da hinten erwischen ja dann will ich mehr erwischt zwei von sechs schnell aber flüchten gut dass ich die irgendwie überfahren kann überfliegen haha naja überfahren dürfte einfach schon bleiben wir schon dabei ähm der liegt ja immer noch hier dann hätte ich erledigt jetzt muss ich mich aber jetzt ein bisschen vorsichtig bewegen weil ich bin aber mein Panzer ist schon fast im Arsch vier von sechs wenn ich jetzt aufpasse kriege ich das gebacken so eigentlich müsste ich diesen Panzer vielleicht kapern können wenn ich wieviel bin und den kriege ich gekapert wenn er mich jetzt nicht ganz zerstört kriege ich den jetzt platt perfekt ich meine dadurch dass er vorher drauf geömmelt hat der bescheuerten wenn ich mich beeile krieg halt noch schnell hin dann glaube ich mir den na ich weiß wenn der ghost jetzt drauf ballert ja haben wir dasselbe spiel wie vorhin es ist immer noch witzig dass die mit den eliten da zusammenspielen so ja genau machen wir es so ja genau machen wir es so ok jetzt versuche ich mit dem schiff ähm ghost komme ich überhaupt da durch naja ne das Ding hier spielt echt zu Fuß zu gehen machen wir da mit zack perfekt ok ich lasse euch ein geschenk da könnt ihr mitspielen wow ich hätte jetzt nicht gedacht habe ich doch noch alle gekriegt aber wenigstens etwas ja und die letzte mission wird jetzt lustig nur mal so am rande schlacht um den mond ja jetzt muss ich merck oder merck woll töten und ja das war nicht so einfach um es jetzt mal nützlich zu formulieren ja sprinten glaube ich war ganz gut hier war definitiv klug ich packe eben schnell die granaten ein und ich weiß nicht mehr was er für eine waffe hatte es war jetzt echt nicht mehr auf jeden fall muss ich aufpassen auf die blutsväterwaffen und jetzt fängt es an noch mal schwinden hier muss ich echt das areal voll ausnutzen munitionstechnisch gut sein kann ich das nicht erwischt doch ah dich habe ich erwischt ich krieg jetzt auch geplättet puh oh mein unsichtbar den habe ich gar nicht gesehen so schalten sie das schild des kultführers aus ja jetzt wird es hier lustig verralala aber erst mal da ist er er sieht schon er hat eine besondere waffe oh dreh mal eine kleine runde wenn das jetzt nicht blöd war von mir laufen 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 ja wo geht's komm alter siehste ey guck mal daneben geschossen oh kein erzählen so okay okay so wenn ich jetzt mal mit dir alleine kloppen könnte wäre perfekt er hat es auch mit seinen granaten komm nimm mal das hier mit ah nee das war das falsche ja boss fight ich liebe boss fight gerade mit dem spacken was will ich denn dafür ich muss da echt aufpassen und dann hat er noch diese schakalenidioten bei sich ja ich habe ihn getroffen schild im arsch ja jo jo faktisch ah ja es geht ja auch mehr rund die kompare ich mag lauf beat parenting sowas neue voller k alter die しょう sowas aber ich finde diesen boss fight gut gemacht oh oh ich hau ab ich hau ab ich krieg ihn ich krieg ihn ich krieg ihn komme er mein freund mein freund eine granate danke für die granate so ich weiß jetzt nicht was er jetzt auftaucht ich versuche jetzt erst mal die da loswerden so ein bisschen ich meine vier stück sind ja wirklich viel jetzt mal ehrlich sind aber ich finde es gerade so spannend oh mein gott ich weiß jetzt gar nicht wo ich jetzt die ganze zeit ruhe ich jetzt so jetzt ja jetzt jetzt ist es mal ruhe jetzt mal gucken was der jetzt präsentiert das eine kaputt gemacht so zweite kaputt so dass der schild ist ein bisschen fies gerade jetzt schon bewusst ich muss ich glaube ich dann ablenken kann das sein jetzt klar mit seinem schild traut er sich jetzt nicht viel war ja nicht wenn ich doppelgänger hat man nicht ich schaffe die granaten zu klauen jetzt bist du aber jetzt bist du aber stinkig ich krieg dich brauchst du ja nicht hier rumzudoktern uralala uralala ha idiot hab dich nass gemacht ja stirb boah ist wo aber ein Leidensweg na fertig ja ja hab ich voll vergessen geile Nummer so ein Moment ja Entschuldigung für den kleinen Cut den ihr natürlich jetzt nicht mitbekommen habt in diesem Standbild aber ja ich muss eben kurz ein Paket annehmen nicht für mich für meine Freundin dafür war die Mission richtig geil und ich würde sagen wir fahren fort nachdem sie Mercwall eliminiert und Spartan Davis gerecht hatte konnte Spartan Palmer das Blutsvettergerät zerstören und diese Gefahr für alle Zeiten bannen gut gemacht Spartan sie haben die gesamten Aufzeichnungen der Schlacht von Dreyfus V abgeschlossen das war's die Geschichtsstunde ist vorbei gehen und trainieren sie in den Kriegsspielen mit den anderen Spartans bis bald 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 Vielen Dank.